Dawn, ist das ein fucking Eagle oder das? Ja, quasi. Sonic the motherfucking Headshot auf Quack. Ein schwimmender Eagle mit Schwimmflossen. Ach, ist das nicht der von ARC? Ja, das ist der von ARC. Ah, Stefan kennt ihr ja alle, die Monster, oder? Ich weiß nicht, ob der in der Mod dabei war. Ja, ich glaub der war noch was dabei. Aber außerdem, den bekommst du jetzt auch nicht. Aber die Stacheln kommen von der Gigante. Das Licht kann ich nicht hören. Ganz ehrlich, wenn er googelt was denn der Gigante ist, wird er auch die Story googeln. Das Ding hat eine Story? Monster hat eine Story, du hast? Was? Ja. Oh, fuck off, Alter. Ey, naja, ich kämpfe gerade gegen Topi Kadashi. Rat mal, wer jetzt dazugekommen ist. Fabi? Nee. And enough? Oh. Well, this sucks for you. Oh, übrigens, danke, Lukas. Was? Fabi? So schlimm ist das Ganze ja nicht. Ich hab mit Fabi zusammen ja auch schon fast gelegt, aber... Ja, werf mich gegen die Vidant. Daxi. Was hab ich, was hab ich... Das hab ich... Das hab ich... Gerspechen wollte, genau. Ganzes Set. So, jetzt war's. Ja, das war das. Das ist ja ein geistig behinderter Flipper, Alter. Cool, dann können wir jetzt weiter retten. Aber wir betreten nur bei, wir helfen ihnen nicht, ne? Nur damit er schwer hat, oder? Du meinst, wie Dark Souls damals? Hier sitzt du denn davor. Wir können nicht beitreten. Was meinst du, du könnt nicht beitreten? Ja. Der kritische Kampf hat doch nicht eingefangen. Hey, ich bekämpfe das Weg bereits! Nein, hat sie... Äh, okay, beide seid fehlgeschlagen, auch was anderes. Ja. Ja, ich kann die Quest nicht beitreten. Ich glaube, wenn ihr schon nochmal rausgehen würdet, dann machen wir dagegen erst, glaube ich. Ja, ja, dann kann man das sowieso, aber ich weiß auch nicht. Wir hatten vorhin auch so ein Pech. Ja. Oder das liegt an meiner Online-Lobby, dass die grad verpackt ist. Ich glaube, er hat dafür... Weil, mit Harald und mir hat das gestern schon mal funktioniert. Dass man es, äh, zwischendrin reinjoint. Ich gebe dir jetzt den Passwort die Schuld. Äh, äh, äh. Könnte sein, wir haben ja kein Passwort, wo ich noch nicht reinkomme. Warte mal. Warte mal. Also, wir haben mal... Du, zu meiner... Können wir so eine Event-Mission machen, vielleicht? Ich hätte eine, wenn du wolltest. Aber Fabi, war nicht deine nächste, dass du eigentlich den Organon fliegen musst? Die Sache, Igel. Aber nachdem er hinter mir einkommen ist, hab ich grad keinen Bock drauf. Deswegen weine ich ja noch. Ich kann dir ja helfen. Okay, dann. Gut, dann machen wir das. Wenn es klappt. Wenn ich Glück hab, könnte ich dir dann nämlich... Äh... Ja. Ja, das ist wegen der... Das ist wegen der... Irgendein Passwort. Weil es fragt nicht mal nach dem Passwort, dass ich es eintippen kann. Hm, okay. Das Passwort hab ich auch schon lange Zeit rausgenommen. Nur so nebenbei. Wie du es sagst. Ähm... Kannst du mir rein in sein Abo? Ah, dann mach ich meine Quest jetzt. Ah, dann mach ich meine Quest jetzt. Okay. Wenn du es sagst. Ähm... Wieso muss ich jedes Mal so beschissenen, verdammten Wildpa... Wildjäger hin? Dann müsste ich das nicht machen, wie ich das mache. Weil ich kann ja keine... Miss... Oder? Ich hab ne Idee. Nee. Ja, dann kann ich dich doch gar nicht einladen. Was? Was? Loll. Oh. Nee. Ist ja ne Expedition so ne normale. Und keine Mission. Da kann ja trotzdem dronen. Wie denn? Also bei mir ist das grau. Achso... Ähm... Ja... Ähm... Ähm... Damit er ihn mal einladen kann. Du musst ihn ja einfach nur töten, ne? Ja. Warte... Eine Rabadon. Ne, eine Radobahn. Ja, ja. Eine Radobahn. Ja, ja. Ah, ja. Ja, das... Versuch's noch. Versuch's nicht reden zu lassen. Blablabla. Ah, verdammt. Ja. Ja. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Achte da her. Achte da her. Achte da her. Ja, ja. Ich bin gekommen, dass ich von dir wegkomme, aber leider bist du mir gefolgt. Verdammt. Nichts kann uns aufhalten. Bitte. Halt doch einfach. Der Klappert redet nicht mehr mit mir. Okay. Ja, ne. Ja, ist recht. Ich hab tatsächlich ein Problem, was das angeht. Was? Ähm... Alle Quests, die ich habe... Du kannst ja selber mal gucken, ob du eine Quest da in dem Gebiet hast. Als optionale Quest oder so. Ne, hab ich nicht. Alle... Äh... Gebiets-Quests von da unten sind Stufe 8 oder höher. Wobei, ich hab da eine Idee. Eventuell, es gibt ja diese Jagddinger da. Dass man auch immer eigentlich die Tiere jagt. Wobei, dafür muss ich sie wahrscheinlich erstmal erledigt haben. Du meinst die Untersuchung? Kann sein, ja. Hilf ihm. Genau. Dort außen. Was hast du? Beweg dich! Ja. Ah! An die Arbeit! Läuft alles. Wir mussten improvisieren. Aber das ist ein Ja. Ha! Da müssen sie das Flammensiegel fragen. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier geht's voran. Boss! Kommandant! Ich bin kurz im Lade, bitte. Du, was er ist? Ich erinnere mich. Gegen morgen sind wir fertig. Versprochen. Ich verlasse mich drauf. Wenn es so weit ist, weißt du was zu tun ist. Versammungsstätte. Ah ne, Versammungsstätte war ja egal. Der Einsatz beginnt bei Tagesanbruch. Da liegt ein langer Tag vor uns. Was alter Mann? Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Arena-Schalter, Quest-Schalter. Du musst im rechten Schalter, oben in der Versammungshalle. Ja. Komm her. Ich werde... Nein, nee. Ähm. Ich meine, Optional leg fest, aber ich gucke nicht. Ähm. Und da ist Sora Magnaros. Abos sieht sehr schlecht aus. Okay. Und wir sollten eine Spezi... Einmal... Eine Spezial-Arena machen. Eine Optional-Arena. Mach einfach nur auf. Gegen Binde. Ähm. Andi, Anad. Mir fehlt nur noch ein Kleidungsstück. Nutz die Kanonen und Listen. Mach die Bestie, Mürbel! Wenn du verwundet wurdest, zieh dich ins Lager zurück! Ich versuche gerade hier Coral-Erz zu finden. Ich weiß absolut nicht mehr, wo ich das kriege. Ich werde nicht versuchen, was zurückzuhalten. Aber trotzdem, den Scheiß kann ich auch nochmal laden. Vier... Weißt du das noch? Bei was man Coral-Erz genau kriegt? Ah, okay. Coral-Kristall. Jetzt kriege ich plötzlich drei Stimmen, weißt du? Die ganze Zeit kriege ich hier immer nur Wasserkristalle und die ganzen seltenen Scheiß-Kristalle. Jetzt wird plötzlich... Oh, Coral-Kristall. Das erste Mal. Die wollen, dass du da blöd dran anfängst. Bewegung! Ja, das passt. Dann kann ich mir nämlich die nächste Stufe dann auch hier craften. Im Grunde danach muss ich dann die Mode normal ziehen. Hier. Fünf. Und Feuer. Pfeifen. Die ist der Petitionsstand. Du Gameball. Ach so, willst du jetzt doch mal... Ich bin gerade das Best Buy getrieben, dann kannst du den an und auch fahren. Das war ganz toll. Schießt um dein Leben. Schau welche Kanonen schon voll sind. Es wird ein paar schon voll sein. Wenn die Charaktere neben so winken, dann ist die Kanone voll. Das ist ein Böller an. Böller! No Ja, wie ein Goblin aus D&D. Nein, wenn ein Goblin hier im Ding drin wär, wärst du irgendwie unsere Falle beteiligten. Und so ist es mit seiner Katze. Ah, dieser kleine Sohn. Bleib stehen! Los, dann schieß gleich. Ich mach mich schon mal bereit auf die nächste Sache in Sanze zu gehen, ne? So, wergen wir den zweiten Goblin? Die dritte Partei. Die dritte Partei. Die dritte Partei. Da kommt die Hand. Die dritte Partei. Die dritte Partei. Die dritte Partei. Die dritte Partei. Was ist das? Oh, wir haben hier kein Kanonkuh mehr. Wo soll das Arena? Oh, nächste Station. Komm her, du hast hier ein Vogel. Willst du mich attackieren? Hä? Du kackst. Ja, hier wieder. Den Saurier. Willst du mich attackieren? Ja. Noch nicht. So. Hab den Arsch verkraft. Geh mal Achtung. Sehr gut. Drei. Noch nicht. Noch nicht. Ich will noch ein Ding dagegen schießen. Hat das einen Unterschied? Ich glaube, du kannst mir Sachen freilegen auf seinem Körper. Und Achtung, da kommt ne Hand wieder. Oh, mein Waffe ist kaputt. Ich hab hier noch einer. Ich hab hier noch auf mein Schwert. Ich hab hier noch auf mein Schwert abgezogen. Haha. Ja. Lass mich mal schauen, wie ich ihn mal abziehe. Ey Jäger Rang 4. Müsse. Da konnte ich mal hin mit der Kugel. Jaaaa. Da kommt alles schwer. Jaaaa. Da kommt alles schwer. Ist Anjana gut? Hm? Ist das Anjana? Anjana? Den werd ich eigentlich auch mitmachen. Würdest du sonst kurz warten? Der Anschluss ist das Viech, das ich am Anfang getreißen wollte. Eigentlich hab ich das Spiel hat sich geholt, um immer durch das zu spielen, deswegen kann ich auch ruhig fahren. Okay, danke. Zeig ich da schon. Noch nicht! Ich muss noch drei Kugeln laden. Zwei Kugeln laden. Einer Kugel laden. Verdammt! Au. Oh. Ja, nutzt die Mervos und geht damit in die Aufsteigenphase des Einsatzes über. Bewege uns an zur Flugstation! Verstanden! Entere die Mistweil jetzt! Jetzt kommt's drauf an Partnerin! Du schaffst das! Ja, wir hören ja gerne. Ja, endlich! Wir sollten irgendwann wirklich ne Rüstung anziehen! Wie gescheiter! Achtung! Achtung! Ja! Achtung! Ja! Achtung! Ja! Ja, wir spiel aus, ne! Das ist ja geil, Alter! Ja! Holt sie sich! Ich meine gerne! Oh, das play! Die Kac's hat Mustache! Untertitelung des ZDF für funk, 2017